Guten Tag, liebe Leute, hier seid ihr bei meinem neuen alten Spiel, was ich schon vor einer Ewigkeit gezögelt habe und dann aber irgendwann runtergelöscht habe, weil wirklich es war zu süchtig machend. Also wirklich, in einer Zeit lang war es halt irgendwie krasser als COC. Das war aber meiner Meinung nach sogar noch vor der COC-Zeit, bloß dass man mal einen Vergleich hat. So denkt man sich, wie bitte? Was ist das für eine Grafik, Alter? Was ist das für eine Grafik? Aber macht mega süchtig. Also folgende Sache, ihr seid in einer Autofabrik, also sprich ihr leitet die und habt hier so ein paar Männchen. Am Anfang sind es glaube ich drei und die, ja egal, Banane, die sind halt mit dem Autobauen beschäftigt und jumpen dann halt eben drauf und so weiter und so fort. Ganz easy peasy. Und dann geht das hier richtig geil. Die werden mit Donuts gefüttert und kann man dann halt auch verbessern und so weiter und so fort. Also eine richtig, richtig geile Geschichte, auf jeden Fall. Und man sitzt halt Ewigkeiten dran. Jetzt ist das Problem jetzt gerade. Ich bin gerade in einem Quest drin. Gucken wir uns das mal gerade an. Das geht noch einen Tag und 14 Stunden. Und in dem muss ich einfach mal fünf Autos bauen, die halt mal richtig mega kack viel kosten. Also in dem Fall 28.000. Da braucht man natürlich dann schon einiges an Zeit, um das überhaupt zu bewerkstelligen. Das ist natürlich so ein bisschen doof. Das heißt also, jetzt kann man nicht so wirklich viel verändern machen, wie auch immer, weil die halt eben übelst am Worken sind. So, jetzt gucke ich gerade mal, weil nämlich man muss immer mal gucken, ob hier ein Spion sitzt, der dich dann ausspionieren möchte. Wenn ihr das Game laden möchtet, ist das kein Thema. Ich zeige euch mal meinen Referral-Link, wie auch immer. Wenn das, ich glaube, das nennt man hier direkt in dem Game auch so. Referral-Link. Und zwar geht darum, derjenige, der halt das Tutorial durchspielt, kriegt halt irgendwie noch... Gucken wir mal. Man hat ja nichts zu verheimlichen. Wir gucken einfach mal rein. Kleinen Moment. So, zack. Die lassen wir da raufjumpen. Sind die alle übelst am Worken? So, yeah. Da fressen wir nicht so viele Donuts, ihr dicken Schweine. So. Und dann sind wir da soweit durch. Die sind da schön am Machen. So, jetzt gucke ich kurz Social. Mittlerweile habe ich mich natürlich Gusua genannt, ist ja wohl mal ganz klar. Und das macht auch dann erst richtig viel Sinn. Ah, das ist In-Game-Sound. Den hört ihr eh nicht. Den nehme ich raus. Und hier. Und zwar ist da, ich gucke mal gerade, Rankings, Request, Share-Code. Da. Und da sieht man halt eben, wie viele man halt geworben hat. Also, null Referrals. Und dann kriegst du halt, wenn man... Sieh hier. Sieh mal. Also, when someone new... Also, wenn ein neuer halt das spielt und wirklich auch das Tutorial beendet, kriegt man halt 30 Donuts. 30 Donuts sind, ich glaube, so ungefähr... Alle halbe Stunde oder Stunde sind die dann auch wieder voll oder fast. Und man kriegt natürlich noch Punkte und so weiter und so fort. So. Das ist mein Referral-Code. Und den dürft ihr dann eingeben. Da werdet ihr dann danach gefragt. Hier. The player that will enter your code. Also, ja, der den Code eben eingibt. Und eben bis zum Ende des Spiels, des Tutorials spielt, kriegt halt auch 10 Donuts. Das heißt, ihr kriegt halt auch was dafür. Also, nicht nur, haha, Gusua hier, der coole Boy und will sich selber hier nur was gönnen, sondern ihr habt selber auch was davon. Wie gesagt, dann einfach diesen Code eingeben. F-C-G-R-B-E-F. Und dann geht's los. Und das macht echt mega Laune. Also, jetzt gucke ich mal gerade. Ich zeige euch das jetzt mal mit einem anderen Auto, was halt super, super günstig ist. Hier 250. Bam, Junge. Und der geht halt richtig, richtig schnell los, klar. Und jetzt haben wir aber das Problem natürlich, dass die, äh, dass die, ja, die Produktionsschleife jetzt halt eben, ja, so weit hinten dran hängt, dass, dass halt eben das andere Auto jetzt ewig brauchen würde. Jetzt gucke ich mal gerade. Ich mache das normalerweise nicht. Ich habe mir die 51 schön weggespart. Nee, mache ich auch nicht. Nee, nein. Ihr kennt das mit den Gems. Ihr wisst, was ich meine. Und man sitzt eine Ewigkeit davor. Wirklich eine Ewigkeit. Aber es macht halt echt Laune. Und dann kann man halt eben auch andere Sachen einbauen. Was weiß ich. Dann kannst du halt am Ende, wenn du dein Auto halt eben fertig gebaut hast, kannst du halt sagen, ich will halt noch irgendwie ABS drin haben. Ich will halt noch einen MP3-Player drin haben. Und dann geht es halt darum, dass du diese Hütte verkaufst. Das heißt also, hier hast du deinen schönen Marktplatz, sage ich mal. Ich habe mittlerweile auch den zweiten. Aber wie gesagt, ich bin auch noch am Anfang. Also ich spiele das jetzt irgendwie seit sechs Stunden oder so weiter oder sieben Stunden. Und dann kannst du den halt, äh, kannst du die Auto, oh, da, 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 da. Ja, ich habe ihn bekommen, die dumme Sau. Da müsst ihr halt darauf achten, dass ihr die halt eben auch wirklich dann die Spione, äh, ja. Abklappert, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann, äh, weil sonst gibt es Ärger. Dann heißt es, oh ja, Betriebsspionage, bla bla bla. Und dann geht euer Image runter. Das ist hier super, super wichtig. Total freaky awesome. Dann noch eine mega geile Sache, Research. Also du kannst halt effektiv in der Fabrik selber immer noch was verbessern. Also sprich, dann gehen zwei Sachen auf einmal. Dann brauchst du halt nicht zwei Arbeitsschritte dafür, sondern halt nur einen. So, wir können jetzt auswählen. Wir könnten zum Beispiel Carbon-Teile halt nehmen. Ja, klar, Gewichtsreduzierung. Ich glaube, jeder kann Englisch. Das sollte machbar sein. Und man könnte halt eben, äh, einen, äh, V12-Motor machen. Oder Rally-Technologie. Aber ich gucke immer erst auf Factory, weil, guck mal, jetzt seht ihr zum Beispiel, da könnt ihr halt eben mit sieben Leutchen da, äh, umherarbeiten. Und das finde ich effektiv viel geiler, dass ich in meiner, äh, in meiner Lagerhalle eben viel schneller dabei bin. Und dann können wir uns noch ein Auto sozusagen breeden. Also sprich, äh, ja, zwei Sachen zusammenwerfen und gucken, was bei rumkommt. Jetzt gucke ich einfach mal der Bus. Was geht da? Da geht nichts. Noch nichts. Ja, jetzt gucken wir mal. Dann machen wir mal hier. Das ist halt wirklich, du kannst halt effektiv ohne Ende machen und tun. Aber wie gesagt, die Grafik ist einfach grottig. Das muss man einfach mal so sagen. Aber das nimmt man hin, wirklich bei dem Spielspaß nimmt man das hin. So, jetzt habe ich natürlich wieder, ähm, zwei Sachen, die halt, ja klar, Geld gekostet haben. Aber die vollkommen Banane sind. Lass doch laufen, das Zeug. Lass doch laufen. So, hier, zack, 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 ihr kleinen Donut-Heinis. Ihr kommt jetzt hier wieder an die Working Station. Zack, passt. Und dann da, genau. Dann kann man die halt boosten noch mit bestimmten Sachen und so weiter. Kann man natürlich auch wieder Pay-to-Win, klar. Kann man natürlich noch um einiges mehr machen. Aber muss man gar nicht. Muss man einfach gar nicht. Sehe ich immer so am besten. Klar, die Spielehersteller sagen sich natürlich, oh ja, komm, zahl, zahl, zahl. Klar, die wollen natürlich auch ein bisschen ihre Kohle raus haben wieder, klar. Aber so an sich braucht man das nicht. Ist das nicht nötig. Und dann geht man jetzt zum Beispiel, genau. Hier zeige ich euch mal gerade die Collection, was man so halt drin hat. Sinn und Zweck der Sache ist halt zum Beispiel jetzt zu sagen, gut, okay, ich baue halt ein Auto und kann das halt auch upgraden. Das heißt also effektiv, je öfter ich dieses Auto baue, desto mehr kann ich das upgraden, beziehungsweise desto höher ist mein Profit, den ich grundsätzlich mit einem Auto mache. Das heißt also, wenn ich das Ding 100 Mal gebaut habe, habe ich damit viel mehr Profit, als wenn ich das Ding nur einmal gebaut habe. Jetzt habe ich mir nämlich einfach mal so clever, wie ich war, habe ich mir mal gesagt, gut, okay, jetzt suchst du dir ein Auto, was möglichst wenig Arbeitszeit in Anspruch nimmt. Das sehen wir, ich muss mal gerade gucken, ob wir das hier überhaupt sehen. Hier sehen wir das gar nicht. Das ist leider sehr schade. Aber das habe ich auch schon mehr als nur zweimal gebaut. Und müsste jetzt theoretisch noch 71 Autos davon bauen. Und dann wäre eben der, ja, der finale, das finale Ranking drinne. Und dann gucke ich mal gerade, genau, hier kann ich das machen. Schaut mal, jetzt gehe ich mal auf green, weil das halt so ein grünes Fahrzeug ist halt in Bezug nehmend auf, ja, Energie und wisst das selber hier, von wegen grün. So, da seht ihr jetzt, das Ding kostet 1200 Okuleros, hier der Arti Micro e.V. So, wenn der 1200 Dollar kostet, dann bringt der auch im Normalfall so um und bei die Hälfte mehr. Also sprich, habe ich ungefähr 600 Dollar da dran gewinnen, wenn ich das Ding verkaufe. So, jetzt die Sache, die, wenn ich jetzt hier für 1200 eins kaufe, wo ich aber 150 WP, also Work Power müsste das heißen, habe, das heißt also, wo ich so viel Arbeitszeit sozusagen reinstecke. Und wenn ich jetzt aber zum Beispiel mal auf All gehe, hier habe ich 120 Work Power und bekomme aber effektiv, beziehungsweise die Hütte kostet 250. So, das heißt, klar, der Profit ist ja um einiges kleiner. Also, der liegt ja dann irgendwie bei, was weiß ich, 75 oder knapp vor 100 oder sowas und bei dem anderen halt 600. Klar, bei fast der gleichen Arbeitsleistung. Von daher wäre ich ja schön blöd, wenn ich so ein anderes Auto mal bauen würde. Ganz klar. Von daher muss man halt immer einfach gucken, was man so am liebsten mag. Ganz klar, dann kann man eben auch Rennen fahren, die auch nubig sind, aber man kann gute Sachen gewinnen. Das heißt also, wenn ich jetzt hier mal einfach auf Quest gehe und dann mal sagen würde, ich gucke mal, vielleicht kann ich gerade battlen. Prepare to board. Nee. Oder doch. Wow. Was ist denn das? Ha! Okay. Soll ich die schlagen? Oh, Attack. Yeah, läuft. Auf jeden Fall attacken, aber mal richtig. Alter, habe ich ihn umgehauen, Junge. Habe ich ihn umgehauen, hat mir gefallen. Zack, Attack, alle. Komm hier. Bam. Hau ihm ein Papagei vorm Kopf, Junge. Final Wave. Also, wie gesagt. Echt Grafik grottig. Aber Spaß, mega geil. Alter, don't hurt me. Alter, habe ich denen jetzt gar nicht wehgetan? Alter, krass. Ich glaube, ich gehe hier mal richtig unter. Super. Okay. Freaky. Aber okay. Läuft bei mir. Ich habe einen Stern geholt irgendwie. Tropical Disease. Nee, das lassen wir jetzt mal lieber. Also, im Normalfall kann man halt einfach nur Auto fahren. Und das ist ziemlich cool. Also, man muss einfach nur hoch und runter den Gang wechsel machen. Und das war es dann auch. Mehr muss man da gar nicht tun. Und wie gesagt, bauen bis der Arsch platzt. Das ist eine ziemlich geile Sache. Und wie gesagt, wirklich nur runterladen, wenn ihr wirklich Zeit habt. Wirklich. Also, wenn ihr halt echt mal megamäßig viel Zeit habt. Sonst ist das halt echt richtig, ja, so ein Game wirklich vom Zeitfressen wie COC. Das soll es dazu gewesen sein. Wenn ich, ich gucke mal, wenn ich die Kiste noch fertig kriege, aber ihr seht es gerade selber, ich habe halt nur die vier Donuts. Das heißt also, dann werde ich das Auto jetzt definitiv nicht fertig kriegen. Wenn das dann aber fertig ist, kann man das halt eben dann vertickern und dann eben gucken und wie auch immer. Wenn ihr dazu noch mal ein Video sehen wollt, schreibt es einfach in die Kommentare. Ansonsten ist es einfach nur dieses einmalige halt Anspielen gewesen, dass ich euch das zeige und dass ihr diesen Code eingeben könnt. Wenn ihr das eben auch machen wollt, dann kriegt ihr halt die Donuts extra. Ansonsten bringt es nicht wirklich viel, wenn ich jetzt sage, ey, hier, man spielt da täglich oder man Let's Playt da halt täglich. Das ist Quatsch. Aber wie gesagt, ansonsten mega geiles Ding. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, einfach mal in die Kommentare reinballern und dann passt das. So, jetzt fütter ich hier nochmal meinen guten. Ja, die sind alle total faul, die Schweine. So, ich kann noch was vertickern. Ja, okay, ja, im Tuning-Shop. Ja, da mache ich meistens immer ganz easy peasy hier. Zack, ist mir scheißegal. Egal, ich will da nicht irgendwie nochmal zusätzlich irgendwie Kohle ausgeben. Da habe ich keinen Bock drauf. Das war es dazu. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut mal rein. Bis dann. Ciao, ciao.